Heute hatte ich mal wieder Lust im Draw Me Journal zu malen, also habe ich mir einen Begriff geschnappt. Okay, das Wort Stringly, mal sehen was daraus wird. Und die Vorlage ist die Schildkröte. Okay, ich finde Schildkröten ja mega süß, aber leider war das erste, woran ich denken konnte. Vor allem im Zusammenhang mit dem Begriff, die verschmutzten Meere dieser Welt. Die zweite Staffel von Cerberus Wild hat mir das auch nochmal ein bisschen vor Augen geführt, wie krass das Problem eigentlich ist. Und deswegen wollte ich hier auch nochmal drauf hinweisen, wir leben hier alle auf der Welt gemeinsam in einer riesigen Wohngemeinschaft. Und es ist nicht viel schöner, wenn wir alle aufeinander achten und unseren gemeinsamen Lebensraum sauber halten. Nobody is perfect und jede kleine gute Tat zählt.